Ein Lorch flugt hervor! Urlaubspläne migrantisch gelesener Menschen in Europa und wie der Rechtsruck diese beeinflusst. Bleibt am Ball, gleich geht's los! Ich will Sommerurlaub machen in Europa, aber wo? Die politische Stimmung in einem Land beeinflusst, wie unbeschwert ich da Urlaub machen kann. Ja, da hat sie ja nicht ganz unrecht. Natürlich bestimmt die politische Stimmung in einem Land auch irgendwie, wie ich da Urlaub mache. Aber da muss es dann schon wirklich sehr, sehr viel sein. Denn wenn ich mir überlege, wo vor allem das Klientel Urlaub macht, wie auch zu dem auch Madame gehört, wie Dubai oder so. Oder Bali. Ja, was irgendwelche abgehalfterten Diktaturen sind, wo Leute geköpft oder gesteinigt werden, wo irgendwelche Leute vom Dach geschmissen werden. Da sind die Zustände in Europa, auch wenn da irgendwelche politischen Kräfte aus Europa an die Macht kommen, die ihr wahrscheinlich nicht gefallen, immer noch tausendfach besser. Das ist nicht links. Das ist logisch. Ich kann mir keine konkrete Situation vorstellen in Europa, wo irgendjemand, der da am Strand liegt, wirklich Probleme bekommt wegen der aktuellen politischen Situation. Vielleicht möchte man selber dieses Land nicht unterstützen, weswegen ich zum Beispiel nicht in die Türkei fahre. Ja, ich würde auch nicht nach Somalia fahren oder so aus naheliegenden Gründen. Aber da ist eine politische Situation, das betrifft dann wirklich deinen Urlaub. Genau, aber das ist genau wie du gerade gesagt hast. Also solche krassen Fälle gibt es ja in Europa gerade nicht. Also in der EU zumindest nicht. Dementsprechend ist das natürlich total haltloser Bullshit. Was sie vielleicht meinen ist, dass die Leute natürlich mittlerweile anders auf Leute gucken, die aus dem afrikanischen und arabischen Raum kommen. Und das mag sein, aber meistens bleibt es dann ja auch beim Gucken. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass in Europa irgendwie Banden von Leuten unterwegs sind, die versuchen eigenständig in Selbstjustiz Leute abzuschieben oder so. Über dieser Stadt liegt Angst. Auch über diesen Straßen und über diesen Häusern hängt eine Wolke des Schreckens. Wiederwärtige Gewalttätigkeiten haben die Metropole in ihren Bann gezogen. Da sieht man es. Banden von alten Damen fallen über wehrlose, starke, junge Männer her. Rechtspopulistische Parteien wettern gegen migrantisierte Menschen. Die Wahlergebnisse zeigen, dass Menschen überall in Europa diese Parteien wählen. Das macht was mit der Gesellschaft und das spürt man auch. Ja, Luj, da stelle ich mir noch eine Frage zuerst. Was ist denn migrantisiert? Ich dachte, es gibt entweder Leute mit Migrationszelle rund oder eben nicht. Nee, nee, das stimmt nicht. Also das ist kein naturgegebener Zustand, sondern dazu wird man gemacht. Das ist wie ein Vanilleeis mit Schokoüberzug. Das taucht man dann da so ein und dann ist das auf einmal braun. Dann wurde es migrantisiert. Genau. Ah, okay. Ihr wisst, dass es so ist. Ja, und ich würde natürlich der Dame in dem Sinne widersprechen, dass die Zustände in unseren Gesellschaften, die man spürt, ja, der Ton wird rauer, nicht dadurch kommt, dass rechtspopulistische Parteien stark geworden sind, sondern dass vorher durch falsche Politik insbesondere in Bezug auf die illegale Zuwanderung so viele Fehler gemacht wurden, dass überhaupt erst rechtspopulistische Parteien stark geworden sind. Ja, und die sind dementsprechend meiner Ansicht nach ja auch jetzt sinnvoll, weil irgendwie muss diese Politik ja auch wieder rückgängig gemacht werden und wieder in vernünftige Bahnen gelenkt werden, damit mal wieder mit Maß und Mitte und gesundem Menschenverstand regiert werden kann. Und woran man das sieht in Europa, das ist zum Beispiel so ein Land wie Dänemark, wo auch die Rechtspopulisten, wenn wir das mal so nennen wollen, richtig stark waren. Und dann hat die Sozialdemokratie irgendwann mal kapiert, ey, wir sind dafür da, Politik für die normalen Leute zu machen und nicht nur für irgendwelche Mini-Minderheiten. Nein, doch! Und zack, spielen die politisch eigentlich keine Rolle mehr, also die Rechtspopulisten. Und ich würde auch noch wetten, dass, ja, also diese Politik, die wäre ja im Prinzip sogar im Sinne von unserer kleinen Moderatorin, ja, denn wenn es eine vernünftige Moderationspolitik gibt und weniger Kommunalität von Migranten und weniger der Fokus halt auf solchen Themen liegt, dann können sie auch entspannt an Urlaub fahren. Ein paar Beispiele. Urlaub in Frankreich. Nach der Europawahl-Niederlage von Präsident Macron wird da gerade neu gewählt. Im ersten Wahlgang lag die extrem rechte Partei Rassemblement National vorn. Deren politische Ziele? Migration einschränken, Berufsverbote für Menschen mit doppelter StaatsbürgerInnen schafft und eine Benachteiligung nicht-französischer BürgerInnen. Mich würde jetzt in Bezug auf diese Aufzählung der Sachen, die Le Pen und ihre Partei fordern, interessieren, was davon wirklich stimmt und was wiederum die vollkommen übertriebene Interpretation von Leuten ist, die politisch links stehen. Man kennt das aus der Vergangenheit, dass da manchmal irgendwelche Forderungen vollkommen uminterpretiert werden, obwohl die eigentlich gar nichts mehr mit der eigentlichen Forderung zu tun hat. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunkturen. Du meinst von irgendwelchen linksradikalen NGOs, wie zum Beispiel dem Deutschlandfunk? Ja. Und des Weiteren ist natürlich auch wieder interessant, sie macht da jetzt Urlaub. Sie ist kein Staatsbürger in dem Land oder sonst irgendwas. Das Staatsbürgerschaftsrecht ist für sie vollkommen nebensächlich. Sie macht da ja einfach nur Urlaub. Sie geht da in irgendein Hotel, will da fein was essen, sich an den Strand legen und vielleicht noch ein bisschen die Gegend erkunden. Also dabei stört sie das, glaube ich nicht. Ja, und ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt, die da Ferienwohnungen und sowas anbieten, sie jetzt da extra benachteiligt und schlecht behandeln, denn die verdienen ja damit ihren Lebensunterhalt. Ich habe da auch so meine Zweifel. Aber wir können uns natürlich auch vollkommen irren. Und die junge Dame, die für den Deutschlandfunk Kultur arbeitet, ist über jeden Zweifel erhaben und hat sicherlich ganz toll recherchiert. Ganz sicher. Weil meine Meinung beruht auf einem menschlichen Gefühl. Ja. Leute, deren Meinung nicht auf Fakten beruht, sondern auf Emotionen, kann man mit Fakten nicht überzeugen. Dolce Vita in Italien, eine Investigativrecherche vom Online-Newsportal Fanpage IT, hat da gerade einen Faschismus-, Rassismus- und Antisemitismus-Skandal aufgedeckt. In der Jugendorganisation der rechtskonservativen Partei Fratelli d'Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die Niederlande? Da wurde gerade eine neue rechte, in Teilen EU-feindliche Regierung vereidigt. Die wirbt mit der strengsten Asylpolitik ever und plant den Ausstieg aus der europäischen Migrationspolitik. Dabei wurde das europäische Asylrecht ohnehin extrem verschärft. Also, wir sehen ja anhand der Dinge, die da vorkommen, dass es scheinbar ein Problem mit Migration gibt. Und was der Grund dafür ist, warum, wie gerade schon gesagt, überhaupt diese sogenannten rechtspopulistischen Parteien an der Spitze sind. Es gibt ein Problem mit Migration, darum ändert sich die Stimmung. Wenn die Niederlande ihr Asylrecht verschärfen, betrifft dich das als Urlauber überhaupt nicht. Das gleiche gilt für Italien. Also, wenn du dann in Neapel da schön in einem Kaffee sitzen willst und dir was gönnen möchtest mit deinen Freundinnen, dann kannst du das auch weiterhin machen. Und wenn du dann durch die Grachten von Amsterdam schlendern möchtest, dann viel Spaß dabei. Interessiert kein Schwein, hat mit dir nichts zu tun. Du bist auf Urlaub, du willst da ja nicht einwandern illegal. Und insbesondere bei Italien ist in Bezug auf die Zuwanderung im Verhältnis zu dem, was bei Meloni in Anführungsstrichen befürchtet wurde, relativ wenig passiert. Dafür sind die Zustände in Italien aber in den letzten Jahren extrem geworden, sodass mittlerweile das Militär da durch die Städte patrouilliert und es massive Probleme mit Gewalt durch Zuwanderer gibt. Darum ist Meloni überhaupt gewählt worden. Ihr zäumt das Pferd komplett von der falschen Seite auf. Durch die unkündigte Zuwanderung, durch die Zustände, die da mitgekommen sind, in jedem europäischen Land, die diese Zuwanderung hat, und da ist Deutschland ja traurigerweise die Spitze, gibt es diese Entwicklung. Darum muss man diese Dinge beenden. Im Endeffekt ist es so, wenn die rechtspopulistischen Parteien mit ihrer Migrationspolitik Erfolg haben, sorgen sie langfristig dafür, dass sie wahrscheinlich wieder verschwinden werden. Richtig. Und dann musst du dir erst recht keine Sorgen mehr machen. Also im Endeffekt könntest du sagen, toi toi toi, rechtspopulistische Parteien immer weiter so. Dann Deutschland. Immerhin Urlaubsfavorit der Deutschen. Aber von hier weiß ich ja erst, dass der Rechtsrock auch im Alltag spürbar ist. Bei der Europawahl im Juni war die AfD zweitstärkste Kraft. Die Gefahr, die von rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien ausgeht, spüren migrantisierte Menschen aber schon lange. Am Beispiel Deutschland. Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund sind im letzten Jahr extrem gestiegen. Ich finde das ja immer schön, wenn so linksradikale Organisationen wie der Deutschlandfunk Kultur mit Statistiken kommen. Gerade bei der polizeilichen Kriminalstatistik rechts ist es ja immer sehr schön zu sehen, dass die meisten Delikte, die hier begangen werden, nur irgendwelche Propagandadelikte sind. Und dass so ziemlich alles in die polizeiliche Kriminalstatistik rechts einwandert, was man nicht richtig einordnen kann und wo eventuell ein politisch rechter Hintergrund vorhanden sein könnte. Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin! Und auch wenn natürlich jetzt solche Straftaten absolut zu verurteilen sind, ist das wirkliche Problem in der Masse, was in den letzten Jahren gestiegen ist, sind Gewalt, Mord, Messer und vor allem Sexualdelikte, die im Zuge der Zuwanderung gekommen sind. Das ist das wirkliche Problem, was den öffentlichen Raum unsicher macht. Richtig. Und nicht die bis zum Anschlag aufgeblasene Pseudoproblematik irgendwelcher Rechtsextremisten. Wenn es die gibt, dann sind wir doch sofort mit dabei, diese Leute zu verurteilen. Ja? Ja. Da hat man nichts für über. Aber es ist einfach de facto kein wirkliches Problem in Deutschland. Auf jeden Fall keins, was man jetzt mit politischen Maßnahmen beenden kann. Anders als die illegale, irreguläre Zuwanderung. Die könnte man mit politischen Maßnahmen beenden. Im Endeffekt wäre das für dich auch besser. Wahrscheinlich würdest du dich abends, wenn du durch die Straßen deiner Großstadt, in der du wahrscheinlich wohnst, ziehen würdest, auch sicherer fühlen, wenn weniger von dem eben besprochenen Klientel auf der Straße unterwegs wäre. Oder willst du mir erzählen, dass du in einer westdeutschen Großstadt oder geschweige denn Berlin ja abends auf die Straße gehst und sagst, oh Gott, hoffentlich treffe ich jetzt keine Neonazis. Das willst du mal werden, wenn du groß bist. Ach, genau. Wie ist das bei euch? Beeinflusst die Politik eure Urlaubspläne? Ne, nicht wirklich, aber ich fahre eigentlich schon immer eben nicht in Länder in den Urlaub, wo die komische Gesetzgebung haben und du Angst haben musst, dass du bei einem falschen Wort oder falschem Satz plötzlich dann irgendwie öffentlich aufgeknüpft wirst oder so. Also ich kann nicht verstehen, wie gewisse Gölfmonarchien so gehypt und getrendet werden können, obwohl dort eigentlich Wertevorstellungen und Gesetzesvorstellungen herrschen, die dem absolut zuwiderlaufen und wo aber komischerweise Deutschland von Kultur niemals ein Video machen würde. Da schaffiert man sich dann, dass im europäischen Ausland ja irgendwelche rechteren Parteien gewählt werden. Ja, das ist vollkommen lächerlich. Die tausendfach, tausendfach harmloser sind als alles das, wo die sonst hinfahren. Selbst alle Leute, die nach Ägypten fahren oder so, fahren im Endeffekt eine Diktatur, eine richtige Diktatur, die viel schlimmer mit den Leuten umgeht, als es in Europa je passieren könnte. Ja, auf jeden Fall, so wie man sich das zur Zeit vorstellen kann, ja. Und auf gar keinen Fall irgendwie vergleichbar mit dem, was passieren würde, wenn eine von den schlimmen satanischen rechtspopulistischen Parteien, Gott, wahre, irgendwann mal an die Macht kommen würde. Ja, es ist hart lächerlich, also würde ich ganz genau so sehen. Ähm, unser Fazit dazu bleibt am Ende einfach nur, sie nutzt halt quasi meiner Ansicht nach den Deutschlandfunk einfach nur aus, um ein Heulvideo über ihre persönlichen Befindlichkeiten zu machen, die wir dann auch noch bezahlen dürfen. Ich kann das zwar ein bisschen nachvollziehen, dass sie den Wunsch danach hat, aber ich finde das in Bezug auf uns als Beitragszahler irgendwo ziemlich... Ja, ich finde das auch in Bezug auf das Niveau, was der Deutschlandfunk eigentlich haben sollte. Okay, das ist schon lange, der Zug ist abgefahren, das wissen wir auch, ja. Aber, dass das bei Deutschlandfunk Kultur läuft, ein Bento rumheulen... Ja, stell dir mal vor, ich würde da jetzt stehen und rumheulen, warum ich nicht nach Frankfurt, Berlin oder in die Benglios von Frankreich gehen kann, um Urlaub zu machen, weil ich nicht migrantisch genug gelesen bin. Ja, vielleicht könntest du dich ja migrantisieren lassen, mein Lieber. Aber ich glaube, das geht dann trotzdem irgendwie nicht. Ja, das ist auf jeden Fall hart lächerlich. Und, ja, wie gesagt, schaut euch das Video gerne an, bewertet gerne das Video und schreibt eure Meinung darunter, wenn man das denn noch kann beim Deutschlandfunk. Oft geht sowas ja nicht mehr beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Gebt unserem Video einen Daumen nach oben und mit dem Video könnt ihr ja machen, was ihr wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. So, bis in zwei Monaten oder so.